Lieber Heinz, wenn ich Facebook glauben darf, selben genug, dass man das darf, dann hast du heute Geburtstag und ich habe das heute Morgen schon gesehen, da habe ich gleich an dich gedacht, letzten Tage und es öfter, in St. Christophorus, in meiner Gemeinde, in meinem Chor und an meiner Orgel und dir zum Geburtstag möchte ich jetzt ein kleines Ständchen spielen, singen, wirst du nicht von mir verlangen und ich hoffe es macht dir ein bisschen Freude. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020